Hallöchen, herzlich willkommen zurück zum Autobahn-Police-Simulator 2. Das Spiel, das nicht verpackt ist. Niemals. So, wir haben genug Punkte. Wir stürmen wie eine Eins jetzt hier rein und holen uns endlich diesen... Yeah, die Tür kriegt mich nicht. Bäh, oh, naja, fast. Ja, wir brauchen noch diesen DNA-Spur-Dings da, oder? Der A-Schar-Simulator. Hier war mein Schreibtisch. So, irgendwas, wir haben was Wichtiges gebraucht. Boah, ich mach das mal mit der Maus. Computer, Auswertungsraum, nee, der war es nicht, oder? Oder haben wir was... Archiv, nee. Oder war's der da? Oder brauchen wir den da? Weitere Arbeitsplätze, wir lassen weiter Polizeibeamte, Besprengungsraum. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was ich kaufen musste. Nicht, dass ich jetzt das Falsche kaufe. Missionen. Abgeschlossene Missionen. Oh, die... Missionen, war das das? Ich kann nicht reinlesen. Boah, fortsetzen. Ich speichere mal vorher am besten. So, dann rede ich mal kurz mit dem Chef, vielleicht weiß der, was ich machen muss. Vielleicht waren's auch bloß die zwei Sachen. Scheiße. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Haben wir die Video-Ding gebraucht? Den A-Platz haben wir ja keine. Muss es das da gewesen sein? Oder hab... Ich guck mal, ich guck mal alles durch. Bevor ich mir jetzt hier irgendwas kaufe, was nicht stimmt. Da hier ist es nichts. Das hab ich ja schon. Fahrzeug kann auch nichts sein. Das da will ich ja unbedingt, aber dafür muss ich dann nachher nochmal... Den musst du hier davor... Oh Gott. Ja, dann war's doch das hier. Archiv. Und hier. Computer-Ausfahrungsraum. Ermögliches Ausfahrten von Aufzeichnungen und Fahrungsfahrzeugen wieder zu finden. Also, ich kaufe jetzt mal das. Ich kaufe das. Achso, erwerben. Ja. Hä? Muss ich jetzt die Kraft hier mal... Ja. Ja. Immer noch 600 Punkte, ne? 20.000. Schießstand. Schießstand können Schießübungen absolviert werden. So, da muss ich grad bloß noch... Pfff. So. Ah, guck mal. Plötzlich haben wir jetzt hier was. Muss ich hier auf die Schicht wechseln? Ey, ich hab unten was, oder? Ich guck mal unten. Manchmal ist es auch der da. Machen wir doch mal hier kurz die Tür auf. Bist du's? Nö. Vielleicht ganz unten. Ich weiß halt nie, wo das jetzt Zeichen ist. Ah, ah. Cool. Okay. Kann ich mit ihr reden? Was ist das da? Das Archiv. Okay. Cool. Die ist zu. Das ist alles sehr schick, aber was bringt es mir jetzt? Das weiß niemand. Das weiß ich nicht. Küchen entdeckt. Sehr cool. Warum auch immer. Ist da vielleicht auch irgendwo eine? Nö. Okay. Jetzt hab ich ein Ausrufezeichen. Was? 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 Ja, hier. Also ein Ausrufezeichen. Hab ich hier irgendwo was? Ne, es muss hier sein. Okay. Hm. Also gut. Tiefer geht's ja nicht. Der da ist es auch nicht, weil dann müsste der hier sein. Direkt hier so im Schrank. Oder hier halt. Das ist ein Verhörzimmer. Hier ist aber auch niemand. Hm. Ich rede mal mit unserem Chef. Geht leider nicht. Okay. Okay. Kann ich mir einen Kaffee nehmen? Nö. Okay, dann ändere ich jetzt einfach mal. Wie viel haben wir 15? Dann machen wir mal Frühschicht. Hat sich nichts geändert? Tagesschicht. Hat sich nichts geändert? Nachtschicht. Hat sich mal wieder nichts geändert. Tja, ich bin leider überfragt. Ach, da drinnen, kann das sein? Wir kommen doch noch hier in... Vielleicht diesen, diesen neuen Wagen, dass der mir jetzt angezeigt wird. Wie komm ich denn... Wie komm ich denn... Was hier? Ich bin ehrlich gesagt etwas überfragt. Und da wird eine Mission angezeigt, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und unser Fahrzeug ist auch weg. Ich ziehe mich mal um. Scheiße. Gut, dann ziehe ich mich mal um und hoffe, dass ich dann... Hier wird doch niemand verhört, ne? Nö. Oh, falsche Seite. Kann dem Besten mal passieren, ne? Puh. Wie gesagt, fahren wir mal eine Runde, verhaften wir mal jemanden. Dann schauen wir mal, was passiert. Oh, da geht's noch nicht lang. Das wird erst mit dem DC hier freigeschalten. Hallo? Wir haben eine Notmärkung erhalten. Ein Kleinflugzeug muss notlanden und schafft es nicht mehr zu einer freien Landebahn. Nein, ich will mal... Eine kleine Autobahn muss freigeräumt werden, damit das Flugzeug landen kann. Wer übernimmt? Nö, nö. Ich will mal jetzt hier wie jemanden verhaften. Danke, Kameraschmink. So, dann wollen wir mal. Oh, ich erinnere mich, das Auto fährt sich so gut. Oh, der ist verdächtig. Gut. An alle Einsatzfahrzeuge. Wir haben ein verdächtiges Fahrzeug. Es soll Schlangenlinien fahren. Wer von euch ist in der Nähe und kann sich das mal anschauen? Wir sind eh auf der Autobahn. Wir machen das. Zentrale, schick uns doch die Fahrzeugdetails und wir halten Ausschau. Verstanden, Wagen 11. Ich habe euch die Details auf euren Computer geschickt. Na komm, halt an! Hallo? Irgendwie? Ah ja. An alle Einsatzfahrzeuge, wie ihr wisst, nutzt ein bekanntes Staatsüberhaupt ein kurzes Stück unserer Autobahn. Es fehlt noch ein Wagen für die Escorte. Wagen 11 hier, wir melden uns freiwillig. Sollen wir dir ein Autogramm mitbringen? Nein, danke, nur die Escorte. Verstanden. Vielleicht muss ich auch vorhin gleich fahren. Jetzt ist es auf jeden Fall zu schnell. Und der Abstand ist auch zu gering. Ich will den jetzt anhalten. Ich habe gerade abgehauen. An alle Einsatzfahrzeuge. Ein Fahrzeug ist an einer potenziellen... Das ist einfach abgehauen. Ich habe heute einfach kein Glück. Was ist denn... Kamera! Was ist denn heute los? Warum hält denn hier keiner mehr an? Ich bin schockiert. Zutiefst. Was ist denn das für ein Verhalten? Macht man doch nicht. Wir haben ein verdächtiges Fahrzeug. Es ist ein brauner Kleinwagen und der Besitzer soll seine Rechnung an einer Tankstelle gepräht haben. Wagen 6, das ist bei euch in der Nähe. Könnt ihr übernehmen? Hier Wagen 6, hat sich jemand das Nummernschild notiert? Ja, wir schicken es euch rüber. Alles klar, wir kümmern uns drum. Bitte folgen. Weitere bitte anhalten. Ah ja. Jetzt halte ich den mal an. Das ist hardcore. An alle Fahrzeuge, wir haben gefährliche Gegenstände auf der Fahrbahn. Wer übernimmt? Es geht nicht. Was ist denn das für ein Kack heute? Boah, hey. Ich kann niemanden mehr anhalten. Mein Auto ist jetzt verschwunden. Ach, ich muss ins Auto. Ich verstehe es heute nicht. Heute ist der Wurm drin, ne? Der Wurm. Was ist denn das da? Komisches Polizil. Polizil Auto. Zivil Auto. Ah. Misum wird mir immer noch angezeigt. Nun geht noch mal alles ab. Hallo? Du nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Habe ich es jetzt kaputt gemacht, weil ich mir Sachen gekauft habe? Ich verstehe es einfach nicht. Hat jemand eine Idee? Ich meine, ich kann mir alles hier kaufen, aber... Ui, cool. Was kann ich denn jetzt? Wo ist meine Maus? Aber ich kann ja nichts damit machen. Puh. Okay. Alter, jetzt nervt mich doch nicht so. Die Kameradrehs sind legendär in diesem Spiel. 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 Achtung an alle Einsatzfahrzeuge. Es findet gerade eine Verfolgung statt. Mehrere Kollegen folgen einem per Haftbefehl gesuchten Ausbrecher. Alle verfügbaren Einsatzfahrzeuge bitte melden. Lass mich mitmachen. Wagen 4 hier. Schick uns die Daten des Fahrzeugs. Wir holen uns den Kial. Hier habt ihr die Daten. Seid vorsichtig und übertreibt es nicht. Oh man, ich wollte... Korrekter Funkstatus. Sehr schön. Einsatzauftrag übernehmen. Einsatz erreicht. Einsatzbeleid über Funk. Ich hab nix zu tun. Niemand ist verdächtig. Ich hab jetzt keinen Kaffee. Auch da hab ich einen Kaffee. Ich brauch ne gerade Strecke schon. Können wir den Kaffee nicht trinken. Oh, der da... Boah, alter. Der ist aber verdächtig hier. Der mal LKWer, sondern dann, ne? Zumindest versuchen wir es. An alle Einheiten. Wir haben einen Unfall durch einen Geisterfahrer. Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten. Es sind noch keine Rettungskräfte vor Ort. Wer übernimmt? Ach, übernehmen wir. Okay, wohin? Wie weit? Elf Kilometer mal gucken, ob wir das nicht abkürzen können. Wir sind hier. Wir müssen dorthin. Dann würd ich sagen, wir fahren mal hier. Dann müssen wir umdrehen, oder? Müsste doch jetzt schneller gehen. Ach, zwölf Kilometer? Ja, easy. Ich bin hier immer auf die falsche Seite auffahren will. Achtung an alle Einsatzfahrzeuge. Wir haben einen Unfall mit Staubildung. Sind wir jetzt richtig? Wo ist denn dieser Unfall? Da unten? Ach so. Moment. Wie voll verguckt. Ja, gib mal Gas, du. Hier, Wagen 4. Sind auf dem Weg. Wir sorgen dann mal für ein bisschen Verkehrserziehung. Verstanden, Wagen 4. Bleibt aber höflich. Mal sehen. Ich fahr mal hier lang. Ich find's schön, dass ich jetzt wieder die Anzeige habe. Entschuldigung. Ich fahr, glaub, auf die. Warum fahr ich nicht? Ich weiß nicht. Was? Magen 2, bitte kommen. Magen 2, hier überschlägt an. Fahr ich jetzt? Ich fahr in die falsche Richtung. Was heißt, ich muss da oben nach rechts abbiegen? Meine Fasse. Komma. Komma. Das heißt wohl, dass wir uns nach dem Einsatz umziehen müssen. Das ist gut möglich, Wagenzwein. Dann ist heute unser Glück. Moment, Moment. Das liegt in Richtung Adelschau. Okay. Adelschau. Vollmilch. Haben wir noch Zeit, uns Kekse zu besorgen? Adelschau. Du gönst uns auch nichts. Gerade eben bin ich nach rechts, ist man links, ne? Ja, so. Warum steht denn der hier rum? Mein. Auf. für die Welt ich hab's eilig muss punkte passieren nicht sammlich einfach 10 ich brauche erst wieder 10 für den neuen Wagen an alle Einsatzfahrzeuge es soll sich eine Person auf der Fahrbahn befinden das ist lebensgefährlich ich muss zum Einsatzort hier wir waren immer wieder in Geisterfahrung der Tüter Tade Tobi ist da das nur durch das nur durch hier bitte hallo so ein kleiner Quietschen der und sofort Vollbremsung ich will gleich mal mein Nutella Brot beißen krieg ich wieder gute Laune gesperrt alles ja 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 hier Wagen 2 wir machen uns auf den Weg habe verstanden Wagen 2 schicke euch die Koordinaten auf euer Navigationssystem ja da ist es da ist es ich mach langsamer sehr schön erst mal die Hügelchen ausbauen das weiß ich ja jetzt kommt wieder blablabla er macht also das ist ich erledige die Nutella Brot ich habe die Personalien aufgenommen alles in Ordnung aber professionelles Plim-Clim mit Nutella Brot mit Nutella Brot von 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 wenn man erst fotos und ein ist es wieder die blümchen frau was liegt da noch ach scherben mit den schmetterlingen das ist so falsch hallo frau lehmann der rettungswagen muss jeden augenblick da sein geht es ihnen gut naja der schreck steckt mir noch gehörig in den knochen ich habe zumindest das gefühl als würde ich am ganzen leib zittern machen sie sich darüber keine sorgen frau lehmann das ist völlig normal kann ich ihnen ein paar fragen stellen machen sie ruhig ich werde mir mühe geben so gut wie möglich zu antworten danke ich weiß das sehr zu schätzen beschreiben sie mir bitte kurz den unfall also viel gab es da gar nicht zu beschreiben ich war mit dem wagen unterwegs und wie aus dem nichts kam mir hier ein auto entgegen mit sowas rechnet man ja nicht ich habe gebremst und bin automatisch in richtung standstreifen ausgewichen der wagen hat auch gebremst er hat sich leider die gleiche seite zum ausweichen gesucht ich meine noch kurz vor dem aufprall das gesicht des anderen fahrers gesehen zu haben es sah sehr erschrocken aus dann hat es geknallt und ich war kurz weggetreten danke ja der andere fahrer ist ein verwirrter älterer herr ich danke ihnen auf jeden fall für ihre mithilfe ja nur gar nicht mit dem alten gesprochen hier ich weiß nicht was sie da gerade gemacht haben aber ich habe es richtig gemacht hallo herr abend die rettungskräfte müssten jeden moment eintreffen wie geht es ihnen wer sind sie wie komme ich hier hin ganz ruhig ich bin von der autobahnpolizei und sie waren in einen unfall verwickelt ein unfall ich kann mich an nichts erinnern ganz ruhig sie sind verwirrt versuchen sie sich zu konzentrieren ich bin hier um ihnen zu helfen so so ich versuche es ist ihnen bewusst dass sie auf der falschen seite der autobahn gefahren sind das ist die schuld von diesen typen ach ich bin mit dem typ so ein jungspund ist zu nah aufgefahren der konnte es nicht erwarten auf die autobahn zu kommen regelrecht bedrängt hat er mich ich bin wohl etwas in panik geraten und falsch auf die autobahn aufgefahren das tut mir so leid das wollte ich doch nicht das weiß ich doch kann ich sie eben alleine lassen ja ja machen sie ruhig sie haben ja auch ihre pflicht zu erfüllen kenne es alle schon hallo gut dass sie kommen hier gibt es zwei menschen die ihre hilfe brauchen können sie mir schon mehr informationen geben ja die frau da hinten heißt angelika lehmann und hat sichtbare kopfverletzungen und einen schock der ältere herr beim anderen fahrzeug heißt klaus abend er hat ebenfalls sichtbare kopfverletzungen und einen schock er macht zudem einen verwirrten eindruck vielen dank wir werden uns sofort um die patienten kümmern die schleichfenstern ran hier vorbei Ihr könnt mir ja sagen, was ihr wollt, aber ich... Ich befürchte, es ist ein bisschen verpackt. Was ist das jetzt? Einsatz beenden! Jaaaa! Ich kann mich nicht bewegen? Tja... Wie ich es befürchtet habe, das Spiel hat sich verpackt. Ich beende mal hier die Folge und mal gucken, was ich zusammenkriege. Höchstwahrscheinlich muss ich es zurücksetzen oder so. Ich weiß es noch nicht. Leute, Dankeschön fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Däumchen oder so. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.